Und Flora Petrich begrüße jetzt bei mir im Studio. Schönen guten Abend. Sind Sie jetzt Kommunistin? Ich glaube, wenn es heißt, sich für eine Gesellschaft einzusetzen, ohne Armut, ohne Ausgrenzung, ohne Ausbeutung, wenn das Kommunismus ist, dann bin ich Kommunistin, auch ohne KPÖ-Mitglied zu sein. Aber sind Sie nicht beigetreten da? Ich bin nicht KPÖ-Mitglied, ich bin unabhängig und setze mich mit ganz vielen anderen, die auch unabhängig sind, die bei den jungen Grünen sind, jetzt dafür ein, eine starke soziale Kraft aufzubauen. Aber sind Sie jetzt noch bei den Grünen oder gar nicht mehr? Ich bin nicht mehr Mitglied bei den Grünen. Die Grünen müssen jetzt selbst wissen, wie sie da jetzt zurechtkommen. Können Sie mir sagen, wie Sie auf die KPÖ gekommen sind? War das so ein Notnagel, weil sie sonst nicht mehr genommen hat, nach diesem ganzen Riesenwirbel bei den Grünen? Oder welche Affinität haben Sie zum Kommunismus? Wir sehen dort, wo die KPÖ lokal stark verankert ist, zum Beispiel in der Steiermark in Graz, dass ihre Politik wirklich einen Unterschied macht im Leben der Leute. Dass sie dort, wo sie verankert sind, eine Politik machen, die wirklich den Lebensalltag betrifft. Da geht es um leistbares Wohnen, ob sich die Leute ihre Heizkosten leisten können. Und wir junge Grüne haben gesagt, wir wollen was Neues aufbauen. Wir wollen eine glaubwürdige Kraft gegen den Rechtsruck sein. Und gemeinsam mit der Erfahrung der KPÖ und dem Elan und der Experimentierfreudigkeit, die vielleicht auch wir junge Grüne mitnehmen, starten wir da jetzt was, was auch über die Wahl hinausgehen soll. Wenn Sie sagen, Steiermark ist natürlich ein Ausnahmefall, aber das wissen Sie besser als die meisten. Aber wir können viel lernen von der Steiermark. Ja, um das Wohnresort dann damals auch ging, aber das hat sich inzwischen auch schon geändert. Aber wo auf der Welt hat der Kommunismus noch eine große Rolle? Wissen Sie das, wo es noch kommunistische Regierungen gibt? Ich glaube, die Vision für eine solidarische Gesellschaft, wo es kommunistische Regierungen gibt, da gibt es unterschiedliche und da gibt es auch verschiedene Definitionen und Interpretationen. Es gibt nur fünf. Bitte? Es gibt nur noch fünf auf der Welt. Es gibt fünf und in Österreich versucht die KPÖ da ihren Weg zu gehen und gemeinsam mit vielen anderen was aufzubauen und auch zu lernen, wie kann man Kommunismus und kommunistische Politik auf der Kali machen. Ich frage nur damit, was wir ein bisschen verstehen, wie Sie da ticken. Also es gibt es in China, in Vietnam, in Laos, in Nordkorea und in Kuba. Was können wir von den Ländern lernen, dass wir unbedingt in Österreich brauchen? Ich glaube, wir müssen von nicht allen Ländern, die unter dem Namen Kommunismus Politik machen, was lernen. Ich glaube, da gibt es auch immer wieder Schwierigkeiten, autoritäre Regime, von denen man sich klar distanziert und von denen sich auch KPÖ plus klar distanziert. Uns geht es darum, eine neue Kraft aufzubauen, die sozial ist und die wirklich die Themen in den Mittelpunkt rückt, die die Leute bewegen. Da geht es um Wohnen, da geht es darum, wie kann man das politische System an den Wurzeln packen, Politikergehälter senken. Aber das wollen doch eh alle Parteien. Die Frage ist, wer spricht es an und wer tut es? Und ich glaube, da haben die anderen Parteien keine Glaubwürdigkeit. Wir sehen, dass das ganze politische System nach rechts rückt. Wir sehen, dass keine Partei was dagegen tut. Und da tut sich eine Lücke auf. Und es braucht eine soziale Kraft, die sagt, wir stellen die Interessen der Menschen in den Mittelpunkt. Uns geht es um die Bedürfnisse von Menschen und nicht um Profite. Tut es Ihnen eigentlich inzwischen ein bisschen leid, was da passiert ist? Also dieser riesen Zirkus, das er gab, den natürlich Sie mit ausgelöst haben, aber natürlich nicht allein, an dessen Ende dann die Widersacherin, die große Widersacherin, Eva Glavischnik, dann die Politik aus gesundheitlichen Gründen auch verlassen hat. Das ist natürlich auch nicht Sie allein daran schuld. Aber hat wohl auch mit was gefördert, an dessen Ende es eigentlich beide weg sind. Tut es Ihnen leid? Ich glaube, wenn wir uns die Ereignisse der letzten Monate anschauen, schauen, was mit uns passiert ist, sehen wir, dass die Grünen schon länger in einer Krise stecken. Und ich glaube, das ist auch nur ein Symptom einer Politik, die schon sehr lange falsch gelaufen ist. Deswegen auch die Entscheidung von uns zu sagen, es braucht eine glaubwürdige Kraft gegen den Rechtsruck. Und es braucht viele Menschen, die daran beteiligt sind, die sich vor Ort einbringen. Und das versuchen wir mit KPÖ Plus und dafür setzen wir mit unserem Antritt auch einen ersten Schritt. Aber das wollen die Grünen ja auch. Tut es Ihnen leid, dass Sie nicht mehr bei den Grünen sind. Jetzt könnten Sie dort richtig durchstarten und die Chancen werden jedenfalls größer, nationaler zu kommen als bei der KPÖ, wobei es bei den Grünen auch nicht mehr so sicher ist. Uns geht es nicht um Karriere, uns geht es nicht um Geld und Posten. Und ich glaube, die Grünen sind für mich ein abgeschlossenes Kapitel. Die müssen jetzt selbst wissen, wie sie sich da am besten wieder rausfinden. Ist da ein bisschen Schadenfreude drin, die ich da raushöre? Nein, ich finde es schade, zu sehen, was mit den Grünen passiert. Aber ich glaube, da sieht man, dass man mit Lifestyle-Politik und Wohlfühlthemen die Leute nicht berührt und nur eine ganz, ganz kleine privilegierte Schicht anspricht. Und nicht das, was die Menschen tatsächlich bewegt. Nämlich, wie kann ich meinem Kind, die zur Schule anfangen, jetzt haben wir Anfang September, noch Schulsachen kaufen? Wie kann ich mir das leisten? Wie kann ich mir im Winter, wenn es kalt wird, meine Heizkosten, meine Miete zahlen? Also das sind alles Fragen, die Leute bewegen. Sie haben am Ende des Streits gesagt, wie die Grünen mit Peter Pilz umgegangen sind, wie sie ihn abgeschossen haben, so haben wir es genannt. Das sei eine riesen Enttäuschung, einer der begnadertsten und bekanntesten Innenpolitiker, so zu behandeln. Warum sind Sie eigentlich nicht zur Liste Pilz übergelaufen? Ich glaube, wenn man sich anschaut, wofür Peter Pilz steht und wofür KPÖ Plus steht und ich stehe, sind das grundlegend andere Dinge. Peter Pilz inszeniert sich da als Alternative. Wir hören von ihm aber eigentlich nichts anderes, als das, was tagtäglich die Regierung von sich gibt. Bei manchen Positionen weiß man nicht mal genau, wofür er steht. Einmal heißt es, Arbeiterkammer, Pflichtmitgliedschaft abschaffen, dann liest man heute, nein, doch nicht. Das ist ein Hin und Her, es gibt auch kein Programm, in dem man seine Position nachlesen kann, weil er nur Promis hat. Also Sie waren ein großer Fan von ihm, das hat es nachgelassen. Ich war kein Fan von Peter Pilz, ich finde es sehr strategisch unklug, wenn eine Partei, die eine Person, die es schafft, Positionen nach außen zu tragen, dann abschießt. Und man sieht, den Grünen hat es nicht gut getan. Glauben Sie wirklich, dass die KPÖ in den Nationalrat kommt am 15. Oktober? Ich weiß nicht, ob Sie die Wahlkabine kennen, wahlkabine.at. Da geben Leute an, was ihre Interessen sind, was sie politisch für Ziele haben. Da ist bei unheimlich vielen Leuten KPÖ Plus rausgekommen. Medien haben berichtet, wenn die uns alle wählen, dann schaffen wir den Einzug locker. Also glauben Sie es oder nicht? Bei der letzten Wahl haben Sie nicht mal ein Prozent geschafft, da sind nicht so viele Parteien angetreten wie jetzt, also keine zehn. Ich glaube, wenn man zur Nationalratswahl kandidiert, dann ist ein Einzug immer das Ziel. Aber eins von vielen. Und wir wissen auch, dass Politik nicht nur im Parlament passiert, sondern auch auf der Straße bei den Leuten. Und für uns ist klar, es geht auch nach der Wahl weiter. Und da geht die Arbeit vor Ort erst richtig los. Das heißt, wenn jemand sagt, und das sind nicht wenige, ich kann den KPÖ die Stimme nicht geben, weil es eine verlorene Stimme, hat er nicht so Unrecht. Ihnen geht es um mehr. Ihnen geht es um die Zeit der Nachfrage. Uns geht es um mehr, aber ich würde auch sagen, es ist eine verlorene Stimme, all jene zu wählen, all jene Parteien, bei denen wir wissen, dass sie nichts verändern. Und wer grundlegende Veränderungen in Österreich will, der muss KPÖ Plus wählen. Im Moment präsentieren alle ihre Wirtschaftsprogramme, so zitzalweise, scheibchenweise, also im Moment ganz modern in diesem Wahlkampf. Das Wirtschaftsprogramm der Kommunisten, das ist nicht gerade die Kernkompetenz des Kommunismus, und der Kommunisten kennt so gut wie niemand. Aber Sie haben eins, oder? In unserem Programm spielt auch die Wirtschaft und Arbeit eine große Rolle. Wir fordern zum Beispiel eine Vermögenssteuer, eine Erbschaftssteuer, und uns geht es darum, dass diese immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich endlich geschlossen wird. Die einen werden immer reicher, die anderen werden immer ärmer. Die einen arbeiten sich kaputt bis zum Burnout, und die anderen finden nicht mal einen Job, und dem muss man was entgegensetzen. Das, was am meisten Aufregung sorgt, und das haben wir im Beitrag auch gehört, diese Sache mit diesen 30 Stunden, also die 30-Stunden-Woche muss eingeführt werden. Ist Ihnen das noch ernster, oder haben Sie es inzwischen schon überdacht? Das ist uns sehr ernst. Eine Arbeitszeitverkürzung auf 30 Wochenstunden, bei vollem Lohnausgleich und Personalausgleich, ich glaube, das ist notwendig. Wir sehen, dass die einen keinen Job finden, keine gescheite Anstellung, die anderen wirklich arbeiten bis zur Schöpfung, bis zum Burnout. Gerade für Frauen, die ganz, ganz oft unbezahlte Hausarbeit und Kinderbetreuung übernehmen, wird diese 30-Wochenstunde einen Unterschied machen. Aber die Arbeitslosigkeit wird zunehmen. Weil die Unternehmen dann abwandern, sagen so gut wie alle, die sich ein bisschen auskennen. Es gibt auch andere Leute, die sich gut auskennen, und die sagen zum Beispiel, natürlich braucht es ja internationale Schritte, aber es muss auch jemand anfangen. Und es ist klar, dass das stückweise umgesetzt werden muss. Ich würde zum Beispiel sagen, wir fangen an beim Pflegesektor. Gerade Pflegekräfte arbeiten sich kaputt, und da ist es unmöglich, 40 Wochenstunden zu arbeiten. Da muss man Schritt für Schritt ansetzen. Und es ist auch klar, dass bei einigen Unternehmen dann staatliche Förderung notwendig ist, die besonders arbeitsintensiv sind. Wenn eintritt, was nun mal die meisten so einschätzen und womit die meisten nun rechnen, dass die KPÖ es diesmal nicht in der Nationalrat schafft. Was machen Sie dann? Weiterarbeiten. Das ist klar. Wir setzen damit den ersten Schritt, um langfristig eine soziale Kraft in Österreich aufzubauen. Ich möchte mit ganz, ganz vielen gemeinsam daran arbeiten, zum Rechtsruck etwas entgegenzusetzen. Ich meine, es hat am Beginn des Beitrags gesagt, das Erste, was Sie tun sollten, ist den Namen ändern. Dieses Kommunismus mal rauszukriegen. Wird das, soll das passieren? Ich glaube tatsächlich, in einer Welt, in der es so viel nur noch um Ellbogentechnik und Egoismus geht, ist es schon mal richtig mutig, sich Kommunist, Kommunistin zu nennen. Es gibt genauso viele Leute auf der Straße, die mich auch darauf ansprechen, was die KPÖ Steiermark, KPÖ Graz da alles erreicht, unter dem Label Kommunismus. Solange man tatsächlich mit den Leuten vor Ort redet, sich ihre alltäglichen Probleme annimmt und dabei trotzdem noch weiter in die großen Fragen stellt, wie die Namensänderung, ob das eine Rolle spielt, das muss die KPÖ in den nächsten Jahren wissen. Frau Petrick, bedanke mich ganz herzlich für die Besuch im Studio. Dankeschön. Dankeschön.